So, nun geht's mit dem vierten Part weiter. Das ist übrigens schon der dritte Part in Folge, den ich hier aufnehme. Im letzten Part hatte ich endlich mal die erste Nahrung gekriegt. Also es war ein Apfel, aber trotzdem gehe ich damit nicht raus. Erstmal muss ich wieder volle Leben haben, bevor ich rausgehe. Jetzt wachsen hier die Bäume und jetzt kriege ich auch wieder Holz. Immerhin, das kriege ich jetzt. Und Akazensitzlinge. Der Raum, der wird immer mehr erweitert, würde ich mal sagen. Ich dürfte daraus springen keine Äpfel. Ich muss ein eigenes Zitzlinge holen. Oh, jetzt kommt ein Spawner, da gehe ich auch erst, wenn ich die Leben wieder voll habe. Hm, was mache ich denn jetzt? Also ich will sonst noch eine Truhe machen, dass ich Werkzeug, das ich nicht brauche. Also Holzblattzeug. Dazu gehe ich jetzt mal hoch mit dem Crafting Table. Das ist mittlerweile schon wieder Tag geworden, auch noch auf der Welt. Schilder habe ich jetzt nur noch ein, also muss ich sowieso noch einen Schilder quaften. So werden die hingestellt. Bleiben vier Holz, vier Trummen übrig und vier Schilder, das passt da genau. Jetzt habe ich wieder nur noch einen Hungerfon, also eine so zuverlässig ist das noch nicht. Kohle, was die sollen hier heißen. Lattef Lattef Lee. Ich gucke Lattef Lattef Lee rein, weil ich jetzt immer in 58 Stück weitergraben. einigermaßen groß gemachten raum als ein wasser einfallen eine weiter ich benutze wie gesagt immer noch die version 1.8.3.1 hier packe ich mal das holzlack einholzschwert nur wieder so viel redstone blöcke machen weil damit kann man immerhin neunmal mehr lagern gibt es den eisenerb diamanten an der oberfläche habe ich ja auch schon gehabt ein bisschen eisenerz aber sonst noch was zu brennen erstmal nicht da werde ich erstmal den baumraum weiter weitermachen wo der jetzt schon wieder am baum gewachsen ist scheint jetzt nicht der eisenbaum zu sein vielleicht wird er auch in den ersten apfel dass er dringend brauch sein ist weil er jetzt wieder einen halben hungerpunkt kommt ja gar nichts raus nichts gespawnt daraus überhaupt nichts die kompilenz von arbeit zu schlagen wenn ich erst mal genug hunger habe dann werde ich mal die abwechslung des des plates erst mal wieder nach oben gehen nehmen wir eine schienenstrecke legen das ist dann geschieht jetzt mein ersten haus her dass dann mehrere pyramiden bauen würde die ich entweder als wohnhaus machen kann oder oder auch als wohnhaus und lagerstädte da auch jeweils nie heruntergrabe und solche farben hier hin mache so dass diese farm erstmal die erste basisfarben ist so viel erzelt wird niemals mangel durch riesigen eisenerzvorkommen sieht man ja normal ja nicht also bei normalen eingestellten werten so könnte ich mir ja eigentlich schon mal zum powergrade kraften hier dass ich meine schienen hinlegen zu den bürgerlinen jetzt kommt die spawner schon wieder aktiv jetzt sollte ich mal einen block auf in die andere richtung graben hier eine richtung da habe ich auf jeden fall überhaupt kein eisenwandel man hört schon wieder die zombies werden immer mehr die bürgerlinen tun die auch nicht ausschalten und begehen weiter wie gesagt nur ein leben hat nämlich ein knackteile leben kosten ihr könnt mir auch vorschläge geben über das alte let's play also ich hab da ja bisher 19 teile hochgeladen ich kann es natürlich jederzeit weiterführen da ich die welt nicht gelöscht habe also auf wunsch mache ich das weiter nicht direkt einfach so sondern auf wunsch gewachsen immer noch nicht gold jetzt mal hier so weitermachen dass meine erde aufgebraucht jetzt richtig jetzt schon fast aufgebraucht kann ich dann noch abbauen die natürlich für spitzkacken vorgesehen sind also solche steinartigen blöcke die ich hier abbaue die zählen ja immer einen durability ab wenn ich da erde oder holz abbauen würde würden die zwei abgezogen kriegen das hätte kein vorteil da ist ein kleines gold vorkommen na das wird schon leuchtet das wird schon wieder auf null runter gegangen und dann habe ich drei arkad umrutschen länge die pflanze und eine fackel dahin und dann habe ich drei arkad umrutschen länge und noch einfach weiter ich will ja eigentlich gerne wieder abwechslung haben aber ich muss erstmal wieder versuchen dass ich so viel auf einmal essen kann dass der hunger level wieder auf 10 geht und dann habe ich damit immer noch so einen hungermangel also Essensmangel deswegen gehe ich jetzt schon seit part 2 eigentlich schon fast durchgängig auf halbes herz spiele und dann gehe ich nicht zum dungeon wenn sie mich dann in dem fall hat oder einen blockbaggerten abzubauen so wie diamant 36 level das wäre natürlich krassbar was ich da verlieren würde der erste kompletter stein bestehende reihe hier kunderschönen ich bin klar plötzlich was ich mir nicht erklären konnte aber ich hoffe mal dass ich keine aufnahme zu sehen ist oder was ich auch glaube weil auch wenn ich mit dem aufnahmeprogramm das im vordergrund habe, ist das nicht in der aufnahme selber drin, was ich eigentlich ganz gut finde, weil dann unnötige fenstereinblendungen sind dann weg. ich hatte ja noch vor der weile immer diese search protect probleme, weil das scheint nicht mehr so ist. ist das schon fertig? das kann ich immer noch nicht. und welches, wie viel erstes habe ich denn jetzt? 18, aber irgendwie läuft das trotzdem nicht schlecht, es sind keine enormen Rockkleider dabei. da gucken die jetzt ein bisschen Eisenbahnen, die kann ich noch nicht mehr mal aufnehmen. ich erstmal wieder, erstmal wieder, erstmal wieder, erstmal wieder ein paar Truhen machen. spinne, uh, scheint nachts zu sagen, was ist das? was habe ich denn alles? diamanten habe ich wieder 50 stück. das sieht immer am besten so aus. die manchen Gold habe ich gerade übern Stack jetzt schon. Eisen habe ich gerade keins. Redstone, oh, da ist schon wieder so viel. noch eine zweite Truhe, Kohle. Ich habe auch erstmal keinen Kohlemangel mehr. Das wird man auch nie hören. Plastis habe ich keinen. Holzpflaster habe ich auch keinen. Da habe ich dann so einen Cobblestone habe ich für ein Spiel. Schilder habe ich noch zwei. also Pflasterstein. Die verzippen schon wieder. Nicht Pflaster stehen, sondern Pflaster... nicht stehen. Pflasterstein. So, ist richtig. Ich kann nämlich die Pflastersteine erstmal wegpacken. Unser 64 Eisenerz und 5 Golderz. Also ich muss schon wieder die Öfen arbeiten lassen. Hier wird Eisen verbrannt. Noch mehr Eisen verbrannt und hier Gold verbrannt. Also sind alle drei Öfen gleichzeitig am Laufen. Weil die jetzt hier Eisen... Die sind beide hier am Eisen am Arbeiten. Also so viel Eisen. Und hier so ein bisschen Gold. Akazienholz, ne? Diese Lager so. Die könnte ich natürlich noch erweitern, wenn ich hier... Zum Beispiel wenn ich da runtergraben würde. Und da unten drunter nochmal einen hinbaue. Soll ich das natürlich immer weiter noch unten erweitern. Uh, Skelette. Da gehe ich jetzt nicht raus. Beim Halb... Ist ja hier ein halbes Herz. Da gehe ich überhaupt nicht raus. Und so sieht man aus. Das sieht ja ganz nett aus. Ich könnte jetzt doch eigentlich schon mal... Schienen und... Beboostete Schienen erstmal herstellen. Wenn ich das nicht mal weg kann. Diamanten brauche ich dafür nicht. Gold. Jetzt muss man da... 5... Oh, ich lasse es mal. 5 Gold fahren. Eisen nehme ich mal mit. Redstone nehme ich mal so ein bisschen mit. Hole brauche ich keine. Tapes brauche ich auch keine. Heute brauche ich auch nicht. Aber Holz selber. Hier habe ich ja immer noch diese Erde. Auch Tag 1. Als Notwendung. Da Erde hineingebaut. Ich muss hier schon mal ein bisschen das verändern. Das Dach jetzt mal nicht abbauen. Aber es wird erstmal morgen... Eisen ist auch schon ordentlich am Arbeiten. Sollte schon fertig. Ich bin jetzt erstmal die Schienen, die ich machen wollte. So. So. Äh... So viel Eisen... Wählen. Jetzt mal noch ein paar Stecker herstellen. Das hier... No. Ich kann noch mehr machen. So. 8. Ich habe jetzt 48 Powered Rails gewonnen. Ich habe jetzt 48 Rails und 48 Powered Rails. Und dann werde ich erstmal runter gehen. Schade, dass Goldwerkzeuge so wenig haltbar sind. Schienen und Buchseschienen. Lagere ich dann hier. Natürlich erstmal kein Holz. Ist hier jetzt wieder ein Holzbaum gewachsen. Genau. Jetzt ist es wieder einer gewachsen. Dieser Akazienbaum. Der ist möglichst wenig haltbar. Der Akazienbaum. Werden. Obwohl hier aus Diamanten steht. Jetzt habe ich nur hier ein bisschen Holz. Also bei den Bedingungen würde ich erstmal... Ah, ich wollte ja erstmal nochmal Patronen machen. Ein weiterer nach rechts backen. Das hier verdoppeln kann. So. Schienen und Buchseschienen. Dann kommt er hier rein. Fackel. 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 Und ist da jetzt endlich mal ein bisschen Getreide gewachsen? Immer noch nicht. Oder ist es fertig? Nee, ist immer noch nicht fertig. Kann doch nicht so lange dauern hier. Weil ich nicht unbedingt auf Nahrung warte. Sonst muss ich nicht mal sagen. Muss ich nicht drauf sagen. Wie ist es denn? Vormittags. Okay. Skilette und Pummel sind da weg. Hasen. Wie so viele. Ich muss erstmal meinen Holzmangel so ein bisschen entlegen sehen. Und jetzt ist das Bienvenst personen. Okay Hiodeiii, hier ist der Le Shock. Ich dachte schon, wer ist gelettet? Viele Hasen sind hier. Da brennt schon wieder was. Ich habe ein bisschen Vagemut, mit einem halben Herz auszusehen, auch wenn es jetzt taktiger ist. Was für ein Kriegfahrer, wenn ein Kriegfahrer mich bestätigen würde, weil er nicht am Ende ist. Hier müssen wir einen Giraffe ausbauen. Wir müssen jetzt mal rein in die Sicherheit gehen und den Park beenden. Oh, die Spinne, die könnte ich auch schon noch töten. Vielleicht kriege ich da durch diesen... ... und noch töten. Tod. Da die was getroppt, ist anscheinend nichts. Leider nichts getroppt. Wir werden erstmal ein Stück dran und tschau. Bis dann und tschau. ... ...